Und ich war zu Beginn der größte Skeptiker überhaupt, aber davon bin ich komplett ab. Leute, ich kann euch sagen, macht diesen Kurs. Moin da draußen, schöne Grüße von Sylt, hier der Chris. Ich möchte einmal ein Feedback an Philipp Lang geben für seinen Kurs Agentur zur Freiheit. Und zwar, kurz zu mir, ich bin selber Vollzeit tätig. Ende Oktober habe ich mich entschlossen, den Kurs von Philipp zu machen. Und ich war zu Beginn der größte Skeptiker überhaupt, aber davon bin ich komplett ab. Leute, ich kann euch sagen, macht diesen Kurs. Ich bin jetzt seit acht Wochen dabei. Ich habe jetzt einen 3-Monats-Vertrag und einen Jahresvertrag und habe dadurch mein Investment für den Kurs raus. Es ist wirklich nur zu empfehlen, wenn du dich menschlich weiterbilden möchtest, finanziell unabhängig sein willst. Alles das gibt dir der Kurs an die Hand. Mein Motto ist es, mit Fleiß und Ehrgeiz kann man so viel erreichen. Und genau das ist auch das, was ich getan habe. Und zwar habe ich mir gesagt, ich möchte was verändern in meinem Leben. Und habe mir gesagt, so, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub. Ich habe mich hingesetzt, ich habe den Kurs richtig inhaliert und wirklich alles umgesetzt, soweit ich das konnte. Und wie ich der Meinung bin, ist mir das auch gut gelungen. Und das ist der erste Anfang. Man kann so viel mehr erreichen. Seid so schlau und startet das Jahr 2024 mit einem kostenlosen Erstgespräch für den Kurs von Philipp Agentur zur Freiheit. Und ich kann euch auch gerne Fragen beantworten. Darum schreibt mich gerne an auf Facebook unter Christoph Rühling. Ich helfe euch gerne weiter. Und ich sage bis dann. Ciao.